hmmm weiter zusammen der kräscht von den konsolenprofis und mit den zwei anderen von der tank stelle wir sind zurück nach gut zwei monaten uno ist back ball ist back und sven ist back sag mal hallo ihr pflaumen pflöcker servus was für ein elan was für ein elan so warte mal konzentrieren weil ich deswegen ich musste auch erstmal das war wirklich knapp jungs und was ist jetzt los und da gehen wir noch mal drauf und jetzt noch ganz ähnlich zwei monate kein uno und am mittwoch war eine folge okay ich wollte ich wollte jetzt auch noch mal zwischen machen muss zu sagen zwei monate nur für uns nicht dann stimmt keine monate für uns moment immer unsere community weiß das schon die sind klettert was jetzt los was ist jetzt los waren eine karten überhaupt was ja besser als seine glaub ich gerade ja klar die man ultra ja es ging eigentlich war ich zufrieden mit dem was er was ich hatte ich will schon mein scheiß zurück ja der chemie wird zwischen habt ihr eigentlich zu unseren abonnenten mal frohes neues gesagt also ich sage jetzt mal frohes neues liebe abonnenten hatten wir aber sagt ja hatten wir hatten auch mal live stream gemacht so falls das entgangen ist ja so kollege also ich weiß dass du jetzt auch 2 10 kriegsfreund ja ich sag doch das ist doch lecker jetzt erst mal noch nicht 2 10 und jetzt wieder 2 10 doch den gewinn geschnuppert was soll das denn ja als der scheiße ich hätte nicht gedacht dass du nicht drauflegen kannst vielleicht auch einfach nur abgelegt genau was soll ich denn was ist okay was heißt macht sind an die gast der treten junge 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 füchst im niveau so ich würde mal sagen wenn ich auch wieder zurück weg geben ja dann würde ich sagen was so ja sehr schön sehr schön ja nee ich will mitspielen hallo das sehe ich noch mal mitspielen hallo das kann noch mal es wird mir schwer belasten die vorlage vom besten macht's gut bis zum nächsten